Kinder, ich hab euch gesagt, ihr sollt euch anschnallen. Fertig, Violetta? Fertig? Los! Das wird jetzt holprig! Der Roboter ist im Regierungsviertel. Welche Auswahl muss ich nehmen? Die Main Street. Die führt zum Stadtzentrum. Ich nehm lieber die nächste. Doch nicht die nächste! Ist, ist alles in Ordnung da hinten? Super duper, Dad! Ja, machen wir's nochmal.